Oh, Tracer. Hoffentlich kann die was. Willkommen zu einem weiteren Let's-Duel, heute kein LoL, sondern stattdessen hier ist auch das Storm, äh, Storm, nach lange mal wieder. Und weil Jakob sonst wo ist, ist stattdessen ein anderer Jakob dabei. Hi, ich bin Jakob. Und, äh, Vasili. Hi. Jo, ich spiel Valar, Vasili ist Shen und Jakob ist Nova. Die resten sind Randoms und das Team ist überwiegend Mirror, was man auf unserer Elo irgendwie erwarten kann, weil die fast nur aus Free Rotation Champs besteht. Ich bin der Kung-Fu-Panda. Nein, du bist der Säufer-Panda. Nein, der Kung-Fu-Panda, lass mir wenigstens. Also, drei Champs sind gleich, oder? Ja, Nova, äh, Karazim und Valar. Hm, das wird ein Spaß. Du bist anscheinend auch noch gar nicht so lange hotzt, oder? Doch, aber nur sehr, sehr, sehr selten. Also, inzwischen spiel ich es wieder häufiger, aber ich hab's auch, wie du mal an meinem Alkene kennst, gespielt, als es rauskam. Aber ich hab's, ich hab zwischendrin sehr lange Pause gehabt. Ich hatte auch ne lange Pause, danach hab ich lang gespielt, zwei Wochen lang, danach war ich Level 33, 32. Das sind die Level da bei den Alkens, ne? Ja. Ja, das sind die Level. Ach, ich bin, ne höheres Level, nimmst du. Get on my Level, bro. Ich bin, das höchste Level, ganz hingame. Ähm, ich kann mich nur noch grob dran erinnern, mit Nova, ich bin immer überall rumgerollt, oh mein Gott, die... Also, ich hab' ich reich aufgepasst, was für den Map hab' er denn? Ähm, weißt du, ich kenn' sie nicht, sie müssen aussehen, Twisted V-Line. Ähm, nur mal ganz kurz so. Die Map sieht bei mir grauenhaft aus, und ich geh' immer ganz davon aus, dass es daran liegt, dass das Spiel nicht fertig geladen hat. Ja, wahrscheinlich. Oh mein Gott. Die Map beginnt in 10 Sekunden. Äh, was will ich holen? Hört die Reichwerte von Passiv. Wir haben einen, äh, unser Gerasim ist AFK, oder wie der heißt. Ich kann mir den Namen nicht genau merken von dem Typen. Ähm, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich weiß ungefähr... Ach, das war die Spinnen-Map! Ah, jetzt weiß ich's wieder, okay. Wie man ungefähr mit Nova spielt, dementsprechend werd ich die ganze Zeit nur Roman. Also, ich bin mir ziemlich sicher, so hat man ihn gespielt, äh, sie gespielt. Man ist die ganze Zeit nur rumgelaufen. Deine Eben! Oh Gott. Äh, ich weiß. Also, man muss sich die Juwelen sammeln und an den Altären abgeben. That's right. Ich hab hier gar keinen Mana, wie läuft das bei mir? Äh, ich glaub doch, sowas ähnliches wie Wut. Ja, aber wie, wie füll ich das auf? Alter, verpiss dich, Zeratul. Ich hab ja zwei gegen eins Lane, wenn unser, wenn unser AFK-Lawar kommen würde, wär das sehr hilfreich. Oh, ernsthaft? Äh, ich komm mal runter. Oder, ne, ich muss eigentlich, eigentlich muss ich die Mitte, oder? Macht schon Sinn, auf jeder Lane. Ja, ich glaub, wir brauchen auf jeder Lane, dann bis uns das gibt es zu wenig Erfahrung. Äh, genau. Dann bleib ich jetzt erstmal in der Mitte. Sehr gut gemacht, Zeratul. Und immer schön die Juwelen sammeln. Oh yeah, neun Juwelen. Oh, da hast du los. Kill die Waller, kill die Waller. Ich geb die Juwelen ab. Tschüss. Sammelt ihr ja die Juwelen auf, die sie gedroppt hat. Oh, hat sie? Egal, gib du ab, ich hol sie. Nein. Oder. Nein. Wow, verkackt. Sorry, überhaupt nicht mehr dran gedacht. Muss schützen weg. Ah, unser AFK-Lawar ist da. Okay, dann kannst du bitte gehen. Müssen wir erstmal Sachen abgeben. Oh, mein Gott. Ja, ja. Ich weiß, wie man wird mir... Lol. Warum geht der auf die obere Linie? Oh mein Gott. Da kommt was da hinten bei dir. Äh, ETC. War doch ETC, oder? Ja, es ist ETC. Oder ETC, genauer gesagt. Ach, alles dasselbe. Mann. Ich hasse mich. Äh, warum hält der sich einfach an mir hoch? Also gefühlt. Äh, Abgliedsheil und Mana-Kosten. Ich habe das Gefühl, die gehen nicht mehr. Ich geb mal ab. Läufe ich? Ich bin tot. Oh, oh. Wow. Ein Held kehrt in den Kampf drüber. Ist hier gerade Ruhe? Nein, hier ist nicht Ruhe. Es ist die DC. Ähm. Der Unrella ist wieder da. Oh, wer ist wieder auf die Lane? Marco, ich komme mal direkt zu dir. Boah, scheiße, Zera zulieb. Äh, pff. Lauf da einfach her. Der war da nicht mit mir. Oder wie Innova, meinst ich. Das war... Achso, das warst du. Oh. Fakes has been made. Jetzt habe ich das mit dem Trinken kapiert. Ja, das ist der Gragas von Hotz. Also ich weiß nicht, was er vorhat, aber er hatte nichts Gutes vor. Wie ist unsere Tracer, die ich gar nicht gesehen. Tatsächlich, ich auch noch nicht. Oh mein Gott, ich habe mal... Hm. Das ist echt blöd, wenn du als Nova die Q failst. Okay, Tracer übernimmt die Mitte, dann gehe ich wieder runter. Ah. Oh mein Gott, Ehrenhofer. Wie schnell ist denn der Typ? Nein, Nova kam von hinten. Bitte durch. Hallo, es kommt auf YouTube. Ein bisschen freundlicher. Ja. Ah, Entschuldigung, diese Schlampe. Wo möchte ich denn hin? Auf die obere Linie, denke ich. Kriege ich jetzt mehr Schaden? Warte, schau. Hier in meiner Ruhe. Ah ja, genau. Okay. Das war das, was ich spielen wollte immer. Okay, wir kriegen die Netzweber. Sehr gut. Und bumm. Zerstört den Jungen. Ja, ich habe jetzt so ein... Ich bin jetzt gerade quasi zu Graves geworden. Oh, hallo, Spinner. Nerv mich nicht. So, Netzweber durchpushen, bitte. Oh, fuck. Ich bin auf der hinteren Seite gelandet. Nein. Aber ich freue mich schon auf den höheren Schaden auf meiner Crew. Also, ich pushe ich hier gut. Und dann, Spinner. Äh, Tracer. Passt auf, was ihr die? Auch zu dir hochkommt die Nova. Okay. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber man kann sie sehen. Und Zeratool kann sowieso immer überall sein. Also, man kann sie etwas sehen. Umrisse und so. Ja, Tracer, ich pushe die mal weiter Botlane durch, ne? Oh, da ist die Nova. Einfach so vom Pferd runtergeschossen. Schlampe. Sauber. Hallo. Ich auch. Ich bin ja gerade über dir hergesprochen. Da konnte ich dir nicht mehr helfen. Ich weiß jetzt nicht, was wir durch die Schauspieler holen. Ich hab die meisten Kild nach Nova, die gegnerische. Unsere Nova ist echt für gut, die hat sich so viele Kild. Was ist das? Oh. Ja, gut. Ich muss gerade nachladen, tut mir leid. Weiß ich das? Oh. Ist natürlich blöd, wenn man mich während meiner Ulti tötet. Haha. Ja. Theoretisch hätte ich auch die andere Ulti nehmen müssen, weil wir ja ein Team sind. Also, wir können das besser koordinieren. Oh ja. Ich hab'n Fass, dass der Rumgold den Schaden macht. Ich habe ein Kill quasi. 5 Assists und 4 Tote. Naja. Hey, das ist das zweite Spiel seit langem. Was? Das ist das? Zweites Spiel seit langem. Aber mir das vierte. Oh. Ich weiß gar nicht, ob meine eh mich unstell. Nein, aber sie... ich hab getrunken ich bin bereit ja so in etwa aber trinken ist ein gutes stichwort ich hole mir auch kurz heilung ich trinke noch mal aufpassen die haben gleich ihre netzweber die gegner ich freue mich so richtig drauf wenn ich meine nächste verstärkung habe okay vor ist offen aber so ein bisschen auch die falsche nova unsere nova ich habe nichts das ist der wie heißt der keras oder so ähnlich kerasin ich habe den namen die merken wie er ist der richtig dass der kerasin als karasin so falsch war ich jetzt nicht ich bin botlenker versuchte den netzweber aufzuhalten der rosin gesagt oh mein hilf mir mal hier oben anstatt dass du runter gehst die küche gerade schön durch machen sie doch überall das ist unsere botlane auch boom das rollende pass ist doch gut ich bin rollende pass ist zu mein holt hier ist richtig geil leute wie ist da einer botlane deffen ich habe ich nein ich hätte meine reichweite höher machen müssen da müssen wir noch spielen ich muss das gute bild haben hoffentlich haben sie das in keinster weise auch verändert der letzte netzweber kill den mal schnell Achtung Serato ich bin tot nein habe ich mich jetzt echt verskillt das würde mich zu ärgern ja entfernt die meiner kosten von scharfschützen und erhöht die reichweite na ha 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 das gilt äh das gilt ja was gilt wenn man das irgendwie rückgängig machen könnte kann man ja leider nicht sag ich ja wenn man das rückgängig machen könnte nein das war so im äh im gefecht kommt mal einer das frontbrechercamp wäre jetzt gut ich habe 13 dings das wäre ja gut die reichweite ist so gut auf Nova nicht sterben Vasili ich bin direkt in seine Ulti rein das ist ja wirklich 100 Jahre hält diese blöde Ulti da oben ist die echte Nova ich habe 13 stücke wenn jetzt hier noch jemand ein paar Stücke ab rum ja hier ich habe noch ein paar ja wir brauchen einen mehr und dann Vasili kommen wir machen das frontbrechercamp danach hier 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 ich habe keinen Mahler äh keine keine Munition mehr mach kaputt mach stieh jetzt kaputt so jetzt kommt hier Camp so in die Mitte oder was hier Camp ach Camp? ja Camp wie soll ich es denn noch sagen? sag das doch mal ja fang an fang an achso das spawnen vielleicht jetzt wieder stimmt die spawnen wegen dem Netzheber ja egal Camp Camp ja ich habe es auch nicht mal gesagt bevor wir den Netzheber hatten naja das sagen sie alle oh warte mal ich kann alle ich finde mein Champion richtig geil so fallt ihr die Mitte wir pushen die Botlane rein schnell und lautlos wir sehen das Lager boah ich würde ja nichts sagen aber ETC ist so tanky Elite Chief tauren ja ich weiß ich weiß sogar wirklich ich habe I Murdo gehört häufiger ha 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 ist die Sinnfähigkeit eigentlich von dem einen sein Ulti? von Karazin wo er die ganze Zeit rum springt ne Fiora sie sieht ein bisschen aus wie Fioras Ulti ja das ist eher die Fiora Ulti oder? hier sind ein paar der Botlane wo warten die auf einmal alle? wir haben besseres zu tun ah zum Beispiel sterben zum Beispiel hart sterben also Powerplay geht anders sag ich mal die Stunde der Spinne endet wieso seid ihr auf die Mitte gegangen Vasili? ähm ich wollte die ein ich habe für die einen den Tower getankt damit sie durch kann wir hätten aber das vor auf der Botlane gekriegt naja schon schon sind wir jetzt alle gestorben egal die haben auch erst wir oh Gott wir haben langsam auch ein paar Juwelen ja klar die haben gerade die ganzen Kills bei uns oh ich darf nicht vergessen dass ich nicht raus tappen darf das ist ganz gefährlich hat der Karazin gerade geultet? ultet der nicht die ganze Zeit? halt mal einer Botlane auf ich pushe die Top rein einer sollte Mitte treffen wenn ich mal wieder lebe ja leben ja gerade alle wieder also wohin jetzt? ich Bot ist natürlich immer blöd ne? als Nova mh ich gehe durch dumme Idee wei auf der Botlane ja etc ist Top Lengthy in denen mach ich nix okay das ist definitiv nicht seine Ulti kann ihn nicht so hart wasten Oli so haben wir auch wieder ein paar Juwelen ich bin mir hier helfe also Nova schlecht will du mich verarschen was hätte ich da machen sollen ich bin kein Healer ich kann dich nicht heilen doch wenn du dir dran glaubst schaffst du alles komm wir nehmen Vasily und schieben ihn woanders hin Marco macht einfach mal beide beide? ich hab nur Nova gekillt nein beide Golems die waren ja schon fast tot nimm die Juwelen wenn wir jetzt das Frontbrecher Camp machen würden oh Gott Gegner schon jetzt ach ne jetzt ist es grad wieder weg ganz toll jetzt haben die grad alle Juwelen abgeben müssen okay ich gehe Toplane halten zusammen mit Nova okay ich bin mit Trace auf der Botlane im Ernst okay unsere Mitte ist so gut wie tot ja und Seratoly ist tot okay geh du mit Nova okay gibt's ja nicht noch ein Level oder auch verpasse ich dir grad was ja 20 ist Maximum oder Hammers ich bin tot ich könnte schwören ich verpasse ich könnte schwören die haben hier irgendwas an Nova geändert konnte man Nova nicht so einstellen dass die ähm dass die Q von ihr mehr Schaden macht wenn sie aus dem Stealth kommt keine Ahnung hat Nova nie gespielt ich könnte schwören das war mal so achso achso man vergleicht grad mit Graves ist zwar nur so halb richtig ach shit Schaden unterschätzt okay Leute ich hab das dumpfe Gefühl dass wir das verlieren werden erstens hat das dumpfes Gefühl und zweitens müssen wir nur den dritten Netzweber killen ja generell sollte mal einer hoch warum sind zwei Leute wütend die sind so besser außen dann wütend das frage ich mich auch das ist ja wirklich ne gute Frage wow okay warte mal ich würde von ETC 1% Schaden hat er mir gemacht diese Ulti ist so dumm welcher die von Vasili's Jam wie heißt der äh Chen das ist das nicht der Panda ja genau dieses Fass ist das wo der so rumrollt ich hab's leider noch selbst noch nicht in Action gesehen ooooh jetzt Vasili lass dich doch nicht rollen ach du baust dir ein Schild damit auf wenn du dich trinkst das ist ja echt ein bisschen wie Kragas ja egal ich mach das Scam kriegst du das alleine hin ich helfe dir ich wollte es gerade sagen Vorsicht ist besser als Vorsicht äh Nachsicht Vorsicht ist besser als Vorsicht ach Jakob du mich auch ok die Frontbrecher werden jetzt auf der Mitte gute Arbeit leisten hier darf die Toplane ok dann pushe ich die Botlane ein bisschen raus wir beide pushen Botlane ok ok dann helfe ich Toplane ah ne die ist schon wieder zurück ok boah meine Autotags sind so langsam ich muss mal gleich das Skillset gucken von Ova ach lol das sind ja noch welche ach das hat mich immer so genervt ach sie die Busch raus ich helfe bitte genau wenn du neue Champions versucht hast und du hast noch nicht das ganze Skillpath frei ja das haben sie jetzt rausgenommen das war immer furchtbar tschüss Vala hier ist Nova irgendwo so wollt ihr wirklich gefunden immer drauf achten ne man kann sie ja sehen sehr schön da ist noch da ist noch ja und jetzt gib sie ab du hast 12 Stück ja äh Base Ender Deffen Cara 7 wen brauchen wir denn noch 30 Stück brauchen wir noch das kann nicht mehr wo man das sieht da unten das siehst du eigentlich immer unten rechts solche Sachen wie gesagt Ewigkeiten das Spiel nicht mehr gespielt ne meiner hast du irgendwo ein Camp gerade ab? bei Lagerhauscamp auf der Botlane wäre ab oder wir nehmen den Boss auf der Toplane wir geben ab und kriegen den Boss äh haben wir genug Juwelen? habt ihr genug? wollt grad sagen ja oh ja Tracer hat 24 leck mich am Arsch hier ist keiner beim Boss keiner beim Boss ok ja jetzt ist da kein Boss mehr weil wir grad die Spinnen bekommen haben Spinnen plus Boss wäre halt zu OP deswegen ist das ausgenommen nein ich mein allgemein keiner mehr beim Boss ich hab nicht gesagt dass jemand beim Boss ist ich hab gesagt den Boss könnten wir machen aber dann haben wir halt die Spinnen schon bekommen ich hab nicht gesehen dass Tracer so viele Juwelen hat ja ich hab auch nur nachgeguckt ob welche da sind oh mein Gott oh ich hasse es so sehr dass meine Reichweite beschränkt ist Alter meine Ult hat grad richtig den Teamfight dominiert oh Alter wie ich grad den Teamfight mit meiner Ulti dominiert hab ja so jetzt schnell in die Mitte einfach durch pushen die Karasims troppen nicht auf der Top Lane das ignorieren wir mal gekonnt gekonnt versteht sich so einfach durch ich will ja nix sagen guck's mal an wieviel Juwelen wir schon haben wir können gleich nochmal abgeben ja wir dürfen jetzt halt nicht rippen wir dürfen jetzt halt nicht rippen oh lol ah Zeratul sammelt die Juwelen auf killt ihn der hat 14 Juwelen sehr gut jetzt aufsammeln er hatte so letzter Netzleber ist gleich rippern gleich wieder die nächsten Juwelen abgeben ja ich hier abgeben ok zurück und gleich wieder abgeben und gleich wieder abgeben dann haben wir gleich die nächsten ach 5 Sekunden ok 65 brauchen wir können wir auch so viel? nein aber fast oh verdammt close ja 11 Stück brauchen wir noch Alter wir hatten so viele Juwelen ah blöd dass ich gestorben bin ich hab den Zeratul nicht gesehen ich war jetzt klar aber ich hab dann noch zu spät reagiert als er gekommen ist oh es ist nicht sterben da hinten es ignoriert mich ich fass es nicht und Tracer kommt halt raus oh mein Gott jetzt nicht ich hab's sehr sehr gut oh mein Gott nicht die Waller oh im nachhinein tötet sie mich noch seine irre Queue war das diese Pfeile die halt verfolgen passt auf wenn ihr boah alter macht ihr einen Schaden Mann und die Death Timer sind einfach 10 Jahre er ist halt immer so im Late Game ich darf ich darf nicht so YOLO reinjumpen das war schlecht von mir der Dings einer will äh Toplane expecken aber auch so die machen's Frontbrecher Lager ja der Typ auf der Toplane ist weg das kriegen die ah Zeratul Basile halt den Zeratul auf ne das haben sie echt bei Nova rausgenommen fällt mir gerade auf ja ok die haben's Camp sehr gut oh ja ich seh deine Ulti was tust du da sterben Hilfe wieso ist der Zeratul so tanky ok wie viele Juwelen haben wir wir haben neun zehn einer fehlt elf jetzt abgeben von den Minions ich hab grad echt viel ok gib die Juwelen ab ihr habt genug ja ich geh nochmal zurück ich bin ja nicht blöd das Ding heilt einen ne sie überläutern nicht? doch wo hab ich mich das haben sie sich leider raus ich muss das mal nach dem Spiel nachgucken kommt schon ein Juwelen ich bin zwar gestorben aber ab ihn ich bin zwar gestorben aber ab ihn ja das war echt übel ja das war echt übel aber wir haben unsere Nerubia ja und der in der Mitte der macht warte mal kriegen wir jetzt noch eine die Toplane Tracer kommen sich in die Mitte und wir pushen Botlane rein alles klar das sind die alle in der Mitte und töten direkt unsere Nerubia wow das war unsere Nerubia in der Mitte wie ihr wünscht wow lol Tracer kommt raus Tracer kommt immer raus was kann Tracer? Zeit zurückspulen genau wie Echo in lol oh oh god oh oh god nur dass das hier keine Ult sondern eine reguläre Fähigkeit ist also ein weniger sexy Echo ich sag mal Ansichtssache es ist so unfassbar nervig sein gegen Vasili Champion zu spielen da kam das fast es ist so wie eine Weih die die ganze Zeit gegen dich haut ja so in etwa ich hab den neuen Lieblings-Champion ohne Quinn die sich immer gegen dich springt die immer gegen dich springt oh god Nova ja andere gegnerische aber das ist die falsche mach ihn kaputt ich gelte trotzdem und es nicht nerven einfach finishen finish? ja das heißt beenden ah nein ich die Waller ok mein Respekt ich bin ein bisschen low ich geh kurz Juwelen abgeben und komm dann wieder ein kluger Schachzug wir müssen dieses Ziel ausschalten bam bam noch eine noch eine noch eine nein sie überlebt ernsthaft ich weiß es nicht wir haben schon wieder 21 Juwelen gib mal auch welche ab ich muss nicht zurück die Ulti ist so dumm shit oh das ist blöd ey muss das dumm sich anfühlen oh mein Gott nein Nova wow nein der Damage ah das war blöd aber die Ulti einfach tschüss mit 1000 Movements mit gegen den Gegner knallt du kannst natürlich auch so nen gegnerischen Tank richtig nerven wenn du ihn einfach weg haust oh diese Ulti hat so ein Nervpotenzial ganz im Ernst ah du müsst zu deinem Tö äh tief nö 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 oh die haben Belagerungscamp wir hatten auch Juwelen von euch ich hab grad eben meine 16 Lamp gegeben ja der gibt auch ab ah dieses durchgeladen und entsichert ist neu daran liegt es Patchnotes lesen würde ich mal sagen ich hab das Spiel wieder doch gerade eben erst runtergeladen ja ich mach nur nen Witz ich erinnere mich wieder ein bisschen hey Leute wir sind vier gegen hier wir brauchen nur wenn ich dich wo sind die alle klar ich kümmere mich um den ich kümmere mich um die Backline Leute Finish das ist die Falsche wir brauchen dich nur weil du musst Backdurnen Backdurn das ist ein Witz aus 3 Elo Rentner go warte du kannst Fähigkeiten drauf ich weiß aber ich brauche mein IQ ich brauche mein IQ jawoll got it sehr schön und da ist mal der Backdoor ja alter das war geil was hat Noah für ne Attack Speed leck mich am Arsch ja gar kein meine Noah ja ich hab meine Fähigkeiten angepasst Noah hat ne furchtbaren Attack Speed wenn ich sie so spiele wie ich sie gerade gespielt habe ach so ok wie kooperativ haben deine Mitspieler gespielt ein Stern gut dann sag ich das war ne weiterrunde Heroes of the Storm könnt ihr mal schreiber davon mehr sehen wollt und dann sag ich bis zum nächsten Mal Ciao ich könnte euch auch Tschüss sagen Tschüss ich mag Käse bis zum nächsten Mal